hallo minecraft willkommen zum nächsten let's play von minecraft captive sehen hier ein bisschen was anderes wenn man ein texture pack gegönnt hier von backyard craft resource pack wollte ich einfach mal ausprobieren der bruchstein sieht cool aus der normale stein auf jeden fall außerdem habe ich mir hier auf dem zweiten bildschirm mal die ganzen achievements gelegt weil ich weiß ja nie was sie machen muss ein bisschen ungeschickt sieht wirklich so aus wie ein wie ein hintergarten ist das jetzt alle befertigt oder nicht war nicht weil mich völlig aber da haben wir einen baum natürlich müssen wir jetzt mit den ganzen grafiken grafiken erstmal zurecht kommen wir müssen wissen was was ist bei manchen dingen weiß ich noch wo sie stehen so wir müssen nämlich jetzt eigentlich nach unten gehen und diamanten finden sonst können wir hier nicht ja weitermachen mal gerade ob ich hier noch ein bisschen ziehts finde je mehr siehts desto besser die Schaufel haben wir auch noch die Schaufel ist immer gut ja und ich habe mal geguckt was die Achievements angeht so da haben wir noch mal zwei die Spoof-Setting jawoll immer wieder schön angflänzen Iron Ore haben wir noch das ist ja cool ja unsere komische Hütte hier aus Schnee werde ich irgendwann wieder abreißen ist ja klar aber im Moment erfüllt die ihren Zweck die hält mich so ein bisschen was haben wir hier Eisen wir können uns in Eisen Rüstung bauen ist ja cool ja wir müssen auf jeden Fall mehr Achievements erreichen was brauchen wir denn für den Cake was brauchen wir denn da da brauchen wir viel zu viel das haben wir auf jeden Fall noch nicht das geht nicht da ist noch ein Spruce Spruce Subling dann können wir hier nochmal ein Bäumchen pflanzen bevor wir jetzt gleich mal nach unten gehen wir müssen uns richtig runter graben ja andere Möglichkeit haben wir doch wir haben doch ein bisschen was zu essen die Cobblestone haben wir auch noch acht das heißt wir können uns noch ein Furnace bauen wie baue ich den Schnee ab mit einer Schaufel oder? ja mache ich mal eine Decke drauf ist aber kein Achievement ja nur dass ihr es wisst geht hier nur um mein eigenes Wohl ähm Eisen Kuris wird noch zu machen sonst bringt die ganze Geschichte nämlich gar nichts was haben wir hier noch drin? nichts mehr in der Kiste ist auch nichts ähm ah hier ist noch Diorit Gravel Gravelstone nehmen wir alles mit nach oben und ähm ne hab keine Fackeln mehr wir extenden mal hier unser Schneehaus machen das mal schön schön ganz mit Schnee so mhm dann machen wir uns ein paar Zäune ach das geht ja gar nicht mehr so ich glaub so rum oder? ja 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 1,9 1,9 1,9 so ich hab ein bisschen Angst dass da irgendwelche Zombies durchkommen äh so jetzt was haben wir hier? Rottenflash okay Gold Nuggets sehen also so aus Diorit Cobblestone nehmen wir mit Clay Dirt Iron Ingots lassen wir da Sprucewood nehmen wir mit Wooden Hall brauchen wir nicht was hier? und Arrow Dirt nehmen wir mit Sprucewood nehmen wir mit Sapling brauchen wir nicht ist das Femm Powder Sticks Wooden Hall brauchen wir auch nicht Sticks Wooden Hall brauchen wir auch nicht Sticks Wooden Hall ich glaub ich mach mir nochmal ein Schwert oh das ist ja eher im Vergleich zum Steinschwert ist das ja eher so ein Dolch äh so eine ähm so ein Becken so ein Becken so wir haben vier Eisen ich mach mir mal machen wir mal Eisen Schuhe dann müssen wir gucken eine Spitzjacke brauchen wir auf jeden Fall noch gut so hier WhatsApp meldet sich ich untersteu mich aber nicht so und dann gehen wir mal nach unten wir müssen mal gucken auf welcher Höhe wir eigentlich sind wenn wir unten sind so was oh da steht ein Flüter auf 196 193 ist das ist das dein Ernst ey da sind wir ja ewig beschäftigt bis nach unten bin ich nicht mehr da bin ich nicht mehr da bin ich nicht mehr da das ist wirklich so das ist wirklich so wir hätten die Packen hier nicht überall platzieren sollen so ich kann mich jetzt auf jeden Fall mal nach unten äh ich würd sagen ich beschleunige das hier bei euch allen ne ich warte mal noch mal die Sounds hier sind ja geil oaa hier iron ore iron ore nehmen wir doch mit Kann nicht schaden, kann nicht schaden. So, also wir müssen noch eine ganze Menge graben. So Leute, wir sind hier unten angekommen und ich höre einen Haufen Zombies, aber das Problem ist, ich habe keine Fackeln. Ohne Fackeln kann ich nicht ausleuchten und ohne Ausleuchten habe ich ein Problem. Ich muss aufpassen, dass ich mit dem Gravel keine Zombies beischaufle. Wir haben eine Möglichkeit und die wird man jetzt wohl auch ergreifen müssen. Ich hätte doch eine Holzachs mitnehmen sollen. Wir bauen uns jetzt hier ein kleines Camp auf. Wir müssen ein Holz verbrennen, um Fackeln zu bekommen. Ne, ich glaube das reicht nicht. Ok. Damit können wir uns jetzt wenigstens ein paar Fackeln machen, wenn auch nicht viele. M4. Die Sounds bei diesem Texture Pack sind auch sehr cool. Gefallen mir sehr. Ja, ist einfach cool. Ich verschwende kein Holz mehr. Au. Oh ne Ratte, Alter. Oh, da ist Kohle. Ja, das coole ist, bei Minecraft 1.9 macht Umkreisschaden. Ja. Ihr seht ja, dass alle Zombies, die hier in meiner Range sind. Was? Hast du das jetzt schon? Ne, da ist noch was. Super. Hallo. Nicht mit der Fackel schlagen. Ach, Alter, da ist noch der Block hier oben. So, ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwas ist. Aber das ist bisschen critical. Neh mal den Cobblestone auf 2. Gefallen. Oh ja. Oh nein. Scheiße. Ja, und mein Schwert ist gleich kaputt. So, jetzt bin ich zumindest halbwegs sicher von da oben. Oh! Stirb doch endlich! Was ist das? Was ist das? Oh, da ist aber noch eine Kiste. Oh, ein Kompass. Und Fackeln. Hä? Wo kommt der Gravel jetzt her? Der Gravel war doch gerade nicht da. Der Gravel war doch gerade nicht da, als ich die Kiste geöffnet habe. Das ist ja merkwürdig. War das eine Falle? Der Gravel war nicht da. Ah, dann habe ich die Kiste geöffnet und dann kam plötzlich der Gravel. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen absichern. Warte mal. So, ich will nämlich gucken, was da noch ist. Boah, da kam eine ganze Ladung Gravel runter. Ja, ich muss hier sichern. Also was ich nicht verstehe, ist, wo der Gravel herkam. Ganz ehrlich. Weil der war definitiv nicht da. Das könnt ihr in der Aufnahme nachgucken. Der war nicht da und dann habe ich die Kiste geöffnet und dann kam der Gravel runter. Ist ja übel, wenn hier solche Fallen eingebaut sind. So, ich hätte jetzt gerne noch ein paar... Ach nee, warte mal, ich habe ja ein bisschen Kohle noch. So. Wir gehen nämlich jetzt mal wieder nach oben. Wir haben hier unsere kleine Basis, ja. Da ist zwar nicht viel drin. Aber, wir haben auch nichts mehr zu essen. Auf dem Weg nach oben leuchte ich mal den Weg hier aus. Ah, ich kann auch... Hier geht es voll ab mit Monstern. Nein! Alter! Steht da ein Creeper rum? Und hier geht es voll ab mit Zombies. Die grölen hier durch die Gegend. Ich sollte ja auch aufpassen. Vielleicht hängt hier auch nochmal irgendein Mob rum. Ne, hier sind sie gerade friedlich. Boah! Ach so, auf jeden Fall. Die erste Expedition war gar nicht mal so schlecht. Fand ich jetzt zumindest. Den anderen Ofen. Und was lanzen wir da noch hin? So, wir haben vier Eisen hier. Vier Eisen da. Das sind einfach nicht Eisen. Das ist sehr cool. Das gibt eine Brustplatte. Rotten Flash. Was haben wir hier? Ach, nichts. Okay. Gunpowder... Wooden Hoe. Ja, klar. Was will ich denn damit? Ich könnte meine reparieren. Holzschwert. Hauen wir mal hier in den Ofen rein. Okay. Gerade keine Nachricht. Gleich kommt mein Kollege vorbei. Ah, wir haben Bonemeal. Sehr cool. Muss ich mal gerade zurückschreiben. Okay. Gut. Diorit. Cobblestone machen wir hier mal eine ganze Reihe. Weil Cobblestone wird mal... Was habe ich jetzt hier weggeschmissen? Gravel. Haben wir auch schon einen Haufen. Anders hier haben wir noch gar nichts. Gravel. Wo? Dort. Dort. Ein Granit. Hier wird... Ach, das ist Clay hier. Ich dachte, das wäre... Das wäre dieser... Indesicht. Der Kompass. Ja, ein Kompass. Hm. Stone Pickaxe Stone Pickaxe Ruten Eggs Was war das hier noch? Ruten Pickaxe Jetzt können wir alles verbrennen Wir haben 8 Eisen Wir machen uns eine Hose weil wir haben ja schon hier noch das verzauberte Teil da Krass Pizza Pizza Wir haben Pizza Rabbids zu Ok Die Bäume sind gewachsen Wir machen hier mal noch weiter Schöne Schöne Ups Ich muss ja erst wieder anpflanzen Getreide Weil wenn wir unten sind dann brauchen wir definitiv noch Getreide Äh Rutenhau Das lassen wir so Vier Müssen wir noch anpflanzen Wir pflanzen hier alles zu Schön dass die Bäume gewachsen sind Drei Bäume werden wir in der nächsten Folge dann abbauen In dieser Folge haben wir dafür keine Zeit mehr Aber wir können noch 5 Brote machen Ach das ist dann Pizza Geiles Texture Pack Echt ohne Witz Finde ich cool gemacht Dann kriegen wir nämlich auch nächste Folge wieder Holz Und vielleicht müssen wir auch unser Haus nochmal eine Reihe nach links versetzen Dass wir ein bisschen mehr Platz kriegen Weil wir stellen hier eine einzelne Kiste hin Das werden wir sehen in der nächsten Folge Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat dann lasst einen Daumen nach oben da oder sonst irgendwas Bis dahin vielen Dank Ciao Minecraft